Hallo, schön, dass du uns zuhörst. Sehnst du dich auch nach echten Perspektiven anstelle der oft belastenden Nachrichten? Dann haben wir ein tolles Angebot für dich. Unseren unabhängigen, konstruktiven Journalismus inklusive unserer guten Nachrichten der Woche kannst du jetzt im ersten Jahr für weniger als einen Euro pro Woche abonnieren. Schau mal auf unserer Seite perspective-daily.de vorbei. Alle Infos findest du in den Shownotes. Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht es los. Dieser Text schützt dich vielleicht davor, um tausende Euro betrogen zu werden. Fiese Tricks von Verbrechern wollen dich im Netz und am Telefon um viel Geld erleichtern. So kannst du dich wappnen. Ein Text von Dirk Wahlprühl für Perspektive Daily. Gelesen von Desiree Schneider Ich warte auf ein Päckchen. Ein Einkauf auf Kleinanzeigen. Doch der Postbote ist durch und vor der Tür liegt nichts. Da summt mein Smartphone mit einer neuen SMS. Dort steht Der Pakettransport wurde unterbrochen, da das Paket keine Hausnummer hat. Bitte aktualisieren Sie es mit folgendem Link. Das DHL-Team wünscht Ihnen einen schönen Tag. Mist, denke ich für einen Moment. Doch dann werde ich stutzig. Denn die Website sieht merkwürdig aus. DHLWEF.com Und dort soll ich dann irgendeinen anderen Link anklicken? Eine kurze Suche im Internet bestätigt meinen Verdacht. Unter der Website finde ich nur einen arabischen Online-Handel und eine kryptische Seite auf Chinesisch. Keine Verbindung zum deutschen Unternehmen DHL. Ein Betrugsversuch. Wäre ich etwas weniger aufmerksam gewesen oder die BetrügerInnen etwas schlauer, hätte das Böse enden können. So ist es erst kürzlich ein Mann in Tirol passiert. Er hatte auf Aufforderungen von Betrügern, die sich als Service-Mitarbeitende eines Online-Händlers ausgaben, einen solchen ominösen Link angeklickt und eine App installiert. Damit hatten die Betrüger Zugriff auf sein Smartphone, inklusive Online-Banking und überwiesen sich selbst mehrere tausend Euro. Man darf davon ausgehen, dass sie dabei auch alle Daten gestohlen haben, inklusive der Kontaktdaten von Verwandten und Bekannten, um dort neue Betrugsmaschen zu starten. Oft fallen die Geschädigten solcher Verbrechen aus allen Wolken. Dabei ist die Scham bei betagteren Menschen oft besonders groß. Wie konnte ich nur darauf hereinfallen? Ist nur einer der Gedanken, die dann dafür sorgen, dass solche Straftaten vielleicht sogar gar nicht erst angezeigt werden. Doch Fakt ist, es kann schnell jeden und jede treffen. Dieser Text will dir und deinen Angehörigen helfen, solchen Betrügereien nicht auf den Leim zu gehen. Achtung! Die Psychologie des Betrugs Zitat Hallo, du kennst mich nicht, aber ich bin ein nigerianischer Prinz und du musst mir helfen. Längst sind Betrugsversuche schlauer als diese legendäre Masche, die heute wohl nur noch für Scherze von Comedians gut ist. Auch ist sie arg durchschaubar, denn der nigerianische Prinz ist ein gänzlich unbekannter. Wieso sollte ein Prinz mit uns Kontakt aufnehmen? Damit ist sofort unser Misstrauen geweckt. Genau das machen moderne Betrugsmaschen anders. Beim Fall des versuchten DHL-Betrugs etwa wird ganz bewusst ein Unternehmen gewählt, dem viele Deutsche vertrauen. Dies soll anfälliger für Betrügereien machen, denn vertrauenswürdige Namen und Organisation senken unsere Risikowahrnehmung. Kein Wunder, dass sich neue Betrugsmaschen dies zunutze machen und Nachrichten angeblich von Amazon, Volksbank, Sparkasse, Stadtwerken oder Telefonanbietern kommen und in offiziell wirkendem Ton und mit authentisch aussehenden Logos versehen sind. Selbst gefälschte Zeitungsartikel seriöser Medien gibt es, inklusive authentisch wirkender Fake-Website. Auch die Namen von Prominenten werden dafür missbraucht. So kämpfen etwa Eckart von Hirschhausen und Moderatorin Sandra Maischberger seit langem gegen unzulässige Werbung mit ihrem Namen für betrügerische Produkte, die teilweise sogar in Werbebannern auf seriösen Seiten erscheint. Außerdem benutzen Betrüger immer häufiger Emotionen, um unsere Skepsis zu übertölpeln. So funktioniert es bei der DHL-Masche. Wenn ein Paket nicht ankommt, ist das nachvollziehbar ärgerlich, vor allem vor Feiertagen. Unser Alltag und ein ansonsten verlässlicher Prozess sind gestört und Menschen wollen sich dem Ärgernis schnell entledigen und dessen Ursache beseitigen. Andere Betrugsmaschen zielen sogar noch viel mehr auf Emotionen ab und wollen Angst und Sorge um Tritte erzeugen, etwa wie bei dem typischen Enkeltrick, bei dem älteren Menschen vorgegaukelt wird, das eigene Enkelkind stecke in der Klemme und brauche dringend Geld. Klar gibt es immer kleinere Ungereimtheiten, doch die Betrüger setzen darauf, dass uns diese im Alltagsstress nicht auffallen. Wenn die Betrugsmasche selbst zusätzlich Stress erzeugt, umso besser. Etwa wenn bei manchen Maschen eine angebliche Kontosperrung droht oder eine angeblich vergessene Zahlungserinnerung dringend wirkt. So geschah es etwa auch dem Mann aus Tirol. Angeblich sei sein Konto von Verbrechern gehackt worden. Eine Lüge. Die echten Verbrecher gaben nur vor, ihm in dieser stressigen Situation zu helfen und gaben sich als Service-Mitarbeitende aus. Doch statt das Problem zu lösen, ließen sie ihn die Software installieren, die ihn dann ausraubte. Wenn du jetzt denkst, kein Problem, auf sowas falle ich nicht rein, dann könntest du Recht haben. Statistiken des Landeskriminalamts zeigen, dass nur rund 7% aller Betrugsversuche Erfolg haben. Doch selbst das lohnt sich für die BetrügerInnen. Und selbst wenn du die Maschen oben kennst, gibt es mittlerweile eine unüberschaubare Vielzahl davon, die immer ausgepfeilter werden, wie es auch die Beratungsstelle der Polizei in Deutschland beschreibt. Oder kennst du schon den Kleinanzeigen-Dreiecksbetrug oder den neuen, umgekehrten Dreiecksbetrug? Worum es sich dabei handelt, erfährst du nun. Hintergrund Zuerst beginnen wir mit den Klassikern. Weit verbreitet, der Mahnungstrick. Eine vertrauenswürdig aussehende Institution meldet sich per SMS mit einer Rechnung, die angeblich nicht beglichen worden ist. Von Telefongebühren bis zu Stromkosten. Es drohten Strafgebühren, wenn man nicht gleich reagiert und auf einen Link klickt, hinter dem sich dann oft Schadsoftware verbirgt. Der Klassiker, der Enkeltrick. Jemand meldet sich per Messenger und gibt an, dass es sich dabei um die neue Nummer der Enkelin oder Tochter handelt. So in etwa, hallo Mama, ich bin's. Ist sie erstmal gespeichert, die Nummer, folgt Tage später dann ein Hilferuf um Geld. Und besonders fies, die angeblichen Ordnungshüter. Per Telefon meldet sich angeblich die Polizei, um vor einer Bedrohung in der Region zu warnen. Von Einbrecherbanden über Hacker bis zu, ganz ironisch, auch Telefonbetrug. Die falschen Beamten bitten dann die verunsicherten Personen zur Kooperation und erbeuten oft Kontonummern oder sensible Informationen. Über technische Tricks, wie Call-ID-Spoofing, können sie sogar die eigene Rufnummer als 110 verschleiern. Und dann zum Text genannten Dreiecksbetrug. Bei dieser recht komplizierten Masche nutzen Betrüger ein Portal wie Kleineinzeigen und eine Anzeige eines wertvollen Gegenstandes, wie zum Beispiel einem Smartphone. Die Täter selbst kaufen diesen Gegenstand von Opfer A ab, bezahlen ihn aber erstmal nicht und geben an, ein Freund werde ihn persönlich abholen. Gleichzeitig inserieren sie ein anderes, oft viel teureres Handy zum exakt selben Preis und verkaufen es angeblich an Opfer B. Das zweite Handy gab es nur nicht. Stattdessen geben die Täter die Bezahldaten von Opfer A an Opfer B, woraufhin das Geld überwiesen wird. Nun holen die Täter das Handy von Opfer A persönlich ab und verschwinden. Kurz darauf meldet sich Opfer B und bittet um den Versand seiner bezahlten Ware. Opfer A versteht die Welt nicht mehr, er hat es doch übergeben. Opfer B weiß aber von nichts und schon gar nicht von einem angeblichen Freund. Opfer A muss Opfer B das Geld zurücküberweisen und das übergebene Handy als Verlust verbuchen. Opfer B hat vor allem den Ärger. Die Täter haben ein Handy erbeutet. Und der umgekehrte Dreiecksbetrug. Wie beim zuvor beschriebenen Dreiecksbetrug gibt es hier zwei geschädigte Parteien, Opfer A und Opfer B. Allerdings wird hier keine Ware erbeutet, sondern Geld. Und zwar so. Die Betrüger verkaufen einen wertvollen Gegenstand über einen Fake-Online-Shop oder Kleinanzeigen. Dieser wird von Opfer A gekauft. In genau dem Moment des Kaufs kaufen die Betrüger selbst bei Opfer B, meist einem echten Online-Handel, denselben Gegenstand und geben die Daten von Opfer A ein und kaufen per Rechnung. Sie lassen sich dann von Opfer A den Gegenstand bezahlen, erbeuten also das Geld. Opfer B sendet Opfer A daraufhin den Gegenstand mit Rechnung. Da Opfer A aber bereits gezahlt hat, hält das Opfer dies für einen Fehler. Opfer B erhält also kein Geld und beginnt Mahnungen zu schreiben, die oft in einer Fake-E-Mail-Adresse der Betrüger landen. Erst mit schriftlichen Mahnungen verstehen beide Opfer, was passiert ist. Das Geld und die Betrüger sind dabei längst verschwunden und haben ihre Spuren verwischt. Hintergrundende All diese Fehler sind menschlich und selbst die Polizei kommt nicht immer hinterher. Zitat Ich bin immer wieder schockiert, wie erfinderisch und perfide die Täter agieren, sagt etwa Landrat und Leiter der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, der wie manche anderen Behörden versucht, mit einer Broschüre gegen diverse Betrugsmaschen aufzuklären. Und wohl niemand kann sich sicher sein, dass nicht doch eine Betrugsmasche verfängt, weil sie gerade auf eine Situation zufälligerweise perfekt passt, so wie das angebliche DHL-Paket bei mir und dem Eingangsbeispiel. Dann braucht es nur ein wenig Alltagsstress und das Übersehen von einigen Ungereimtheiten und schon ist es passiert. Stop! Die Schwachstellen der Betrugsmaschen Egal welche Masche, alt oder neu, sie alle teilen sich gewisse Grundbausteine. Menschen täuschen und unter Druck setzen, um ihr Ziel zu erreichen. Aber sie alle haben eine entscheidende Schwachstelle, die Übergabe. So können wir den Moment nennen, wenn eine betrugsgeschädigte Person das übergibt, worauf es die Betrüger abgesehen haben. Der zentrale Anreiz der Betrüger ist Geld. Und alles dreht sich darum. Ob man nun für angeblich verspätete Pakete zahlt, angebliche Mahnungen begleicht oder einem nigerianischen Prinzen hilft, der das Vorschussgeld ganz, ganz sicher zehnfach zurückzahlt. Geld spielt eine zentrale Rolle. Spätestens, wenn es um Geld geht, solltest du erst mal stoppen. Lieber in Ruhe nachdenken und Informationen überprüfen. Insbesondere Zeitdruck sollte dich immer misstrauisch machen, denn dies könnte ein Anzeichen für einen Betrug sein. BetrügerInnen wissen nämlich, dass ihre Chancen deutlich sinken, wenn Menschen länger nachdenken. Es muss aber nicht nur ums Geld gehen. Im Internet-Zeitalter sind auch Daten Geld wert. Genau deshalb ziehen solche Betrugsmaschen wie die DHL-Masche darauf ab, viele Informationen abzufangen. Pishing nennt sich die Praxis. Die gestohlene Daten helfen Betrüger nicht nur, dich später eventuell direkt auszunehmen, wie Kreditkartennummern und Kontodaten, oder gar zu erpressen, wie mit sensiblen Daten. Sie ermöglichen ihnen auch deine Verwandten und Bekannten besser zu betrügen, indem sie an persönliche Informationen und Adressbücher kommen. Denn der leicht durchschaubare Enkeltrick ist umso gefährlicher, wenn die Betrüger wissen, wo die echte Enkelin studiert und bei welcher Bank sie ist. Wann immer du Informationen herausgibst, solltest du hinterfragen, ob das wirklich nötig ist und wem du sie gibst. Ein Zwischenschritt bei der Übergabe kann aber auch etwas auf den ersten Blick anderes sein. Dubiose Apps. Sie sind eine Vorbereitung für andere Verbrechen und können dann im schlimmsten Fall das Smartphone oder den Computer verschlüsseln. Die Betrüger erpressen dann Geld für das Wiederaufschließen. Deshalb solltest du dich grundsätzlich schützen und Apps nur über einen offiziellen Appstore installieren, dem du vertraust. Aber auch selbst dort gilt Vorsicht, welche Berechtigungen du neuen Apps erlaubst. Denn auch deren Anbieter können mit deinen Daten Unfug treiben, etwa sie weiterverkaufen, sodass sie am Ende wieder bei Betrügern landen. Dies sind auch gleich die Empfehlungen der polizeilichen Kriminalprävention gegen Onlinebetrug. Die SHS-Regel. Stoppen, hinterfragen, schützen. Kurz gesagt, spätestens, wenn wir Geld oder Daten rausgeben oder Apps installieren wollen, sollten wir einmal überprüfen, ob wir dabei nicht einem Onlinebetrug aufsitzen. Die gute Nachricht. Dreiste Betrüger haben es immer schwerer. Doch sie rüsten auf. Nur selten erscheinen Statistiken zu Betrügereien. Doch die, die es gibt, machen Hoffnung. Während beispielsweise 2020 noch 17.000 Fälle von klassischen Callcenter-Betrug und betrügerische Gewinnspiele bei der bayerischen Polizei gemeldet wurden, waren es 2023 nur noch 3.000. Dazu gelang der Polizei erst im April 2024 ein Schlag gegen organisierten Telefonanrufbetrug. Einsatzkräfte aus Deutschland, Albanien, Bosnien und Herzogowina, Serbien, dem Kosovo und dem Libanon nahmen an einer gemeinsamen Strafverfolgungsoperation namens Pandora teil. Unterstützt durch die Polizeibehörde der Europäischen Union, Europol. Beamte durchsuchten zwölf Callcenter in der EU und nahmen 21 Personen fest. Zuvor hatten Beamte in Deutschland seit Dezember 2023 die Inhalte von 1,3 Millionen betrügerischen Telefongesprächen abgehört, als Beweise gesichert und haben dabei in 6.000 Fällen den Betrug verhindert. Das zerschlagene Netzwerk von Betrügern hatte in ganz Europa Erfolg gehabt. Zuvor hatte 2021 eine international konzentrierte Aktion die Infrastruktur hinter der gefährlichen Schadsoftware Emoted, die viele Betrüger verwendeten, zerschlagen. Möglich wurde das Ganze nur, weil Opfer von Betrugsmaschen immer wieder Anzeige gegen Unbekannt erstattet hatten. Die Polizei rät dazu, dies so schnell wie möglich nach dem Betrugsvorfall zu tun und dabei von E-Mails und Nachrichten Screenshots zu machen. Strafanzeigen lassen sich auch bequem online stellen. Doch das alles sind natürlich nur Einzelschläge der Behörden. An die Stelle der Betrüger werden andere treten mit neuen Callcentern und neuen Maschen, solange es sich für sie lohnt. Dagegen kann nur mehr Aufklärung helfen, die immer mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit dringt. Die gute Nachricht, das passiert bereits. Hier sind zwei Beispiele. Erstens, ein YouTube-Trend, Betrügernerven. Der bekannte YouTuber, Erfinder und frühere NASA-Ingenieur Mark Rober bekämpft seit Jahren InternetbetrügerInnen, indem er ihnen Klitterbomben schickt, also selbstgebastelte und harmlose Geräte, die Gestank und Glitzer versprühen und nebenbei über deren Betrugsmaschen aufklärt und diese bei Behörden meldet. Er und seine Nachahmer sorgten dafür, dass mehrere Betrugs-Callcenter in Indien geschlossen wurden. Betrügerinnen Nerven ist ein angenehmer YouTube-Trend, der allen hilft. Allein Robbers Video aus dem Jahr 2022 hat dabei mittlerweile 93 Millionen Aufrufe. Und zweitens das Pishing-Radar. Eine zweite Stelle der unermüdlichen Aufklärung sind die deutschen Verbraucherzentralen, die gemeinnützig auf Landesebene organisiert sind. Sie beraten Betroffene auch dabei, wie sie erbeutetes Geld eventuell zurückholen können, etwa indem man Lastschriften storniert oder Käuferschutz in Anspruch nimmt. Auf dem regelmäßig aktualisierten Pishing-Radar erklären sie online über die aktuellsten Betrugmaschen auf. Doch die Betrüger geben nicht auf und gehen mit der Zeit. Seit Februar warnt die Verbraucherzentrale vor Versuchen mit KI-Stimmerzeugung Betrugsanrufe authentischer zu gestalten. Dabei wird eine Stimme, etwa die einer Verwandten, aus Schnipseln von Videos auf Social Media nachmodelliert. Diese Fake-Stimme wird dann bei einem Schockanruf eingesetzt. Wie Ich bin in echten Schwierigkeiten, du musst mir dringend helfen, Oma. Das ist gruselig. Und leider bisher nur schwer zu durchschauen. Deine 10-Punkte- Checkliste gegen aktuelle Betrügereien Trotz der eher guten Nachrichten im Bereich Betrügereien und Pishing-Tricks liefern sich Betrüger und Polizei weiter ein Wettrennen. Das wird erst aufhören, wenn sich das Risiko für Betrüger nicht mehr lohnt, also noch viel weniger als 7% ihrer Versuche erfolgreich sind. Damit das klappt, müssen wir alle mehr mitdenken lernen. Und auch das Wissen über Betrugsversuche an unsere liebsten teilen, vom Internet-Muffelonkel bis zum dauergestressten Nachbarn. Dabei könnte diese Checkliste mit den besten Ratschlägen der Verbraucherzentralen gegen Betrugsversuche helfen. 1. Verstehe, was sensible Daten sind und was sie anrichten können. Ich habe nichts zu verbergen, ist nicht erst im Jahr 2024 ein tollkühner Satz. Insbesondere Telefonnummern, Bankdaten, Kreditkartennummern oder Passwörter können in den Händen von Betrügern enormen Schaden anrichten. Gib solche Daten nur dann heraus, wenn es absolut notwendig ist und du absolut sicher bist, dass du nicht gerade mit Betrügerin sprichst. Online-BeraterInnen oder Hilfscenter fragen solche Daten auch so gut wie nie ab. Wer dich unter Druck setzt, sie herauszurücken, ist meist ein Betrüger. Links können zu Webseiten führen, auf denen deine Informationen gestohlen werden. Hast du auch nur erste Zweifel an einem dubiosen Link, suche nach ihm zum Beispiel bei Google im Netz. Den Link dabei nicht in die HTML-Leiste eingeben, sondern in Anführungszeichen in die Suchmaske. Oft sind es bekannte Betrugsmaschen und du hast Gleichsicherheit. Auch ein Blick beim Pishing-Radar der Verbraucherzentralen hilft dabei, zu erkennen, ob es eine neue Betrugsmasche ist. Worauf du in jedem Fall verzichten solltest, ist das Öffnen von Links aus dubiosen QR-Codes von Quellen, denen du nicht vertraust. Denn diese öffnen nur wieder Links und im QR-Code kannst du nicht einmal erahnen, wohin diese führen. Drittens Installiere eine Sicherheitssoftware Sicherheitssoftware-Pakete umfassen heute mehr als nur Virenscanner. Sie umfassen meist auch einen Webschutz, der etwa vor gemeldeten Betrugswebseiten warnt oder bei Downloads auf mögliche Gefahren hinweist. Browser wie Firefox haben diesen Pishing-Schutz schon eingebaut und schützen dazu deine Daten. Viertens Seltsame Anrufe auflegen Lege bei Anrufen von einer seltsamen oder unterdrückten Nummer gleich auf. Rufe dann die jeweilige Person unter offizieller Nummer aus dem Internet oder bei Familienmitgliedern gespeichert im Adressbuch zurück. Fünftens Lass dich bei Gesprächen mit Fremden nie unter Stress oder Zeitdruck setzen. Stress senkt unser Urteilsvermögen und schnelle Entscheidungen helfen nur Betrügern, deine Zweifel zu zerstreuen. Lass dir Angebote immer schriftlich schicken und richte dafür eine Müll-E-Mail-Adresse ein, in die du nur alle Jubeljahre schaust. Alles aus dem Bereich der Mahnung akzeptierst du nur per Post. Wer dir eine authentische Mahnung schicken will, hat sehr wahrscheinlich auch deine Adresse. Wenn nicht, solltest du umso vorsichtiger sein und sie natürlich nicht herausgeben. Sechstens Unbekannter Anrufer nie mit Ja melden Das Wörtchen Ja, was viele von uns in Telefonaten verwenden, kann bei Betrugsversuchen am Telefon verwendet werden. Es kann etwa nachträglich ausgeschnitten und als angebliche Bestätigung für ein Abonnement verwendet werden. Auch auf Fragen wie Sind sie es persönlich? Sollte man nie mit einem klaren Ja antworten. Das erfordert sicher ein wenig die eigenen Gewohnheiten umzustellen, schützt aber vor perfidem Betrug. Siebtens Misstraue automatisierten Stimmen Es gibt Möglichkeiten, die Rufnummern zu verschleiern. Du kannst also nicht darauf zählen, dass du so einen Anrufer identifizieren kannst. Polizei ruft übrigens niemals von der 1 ans 0 aus an. Das ist immer ein Betrugsversuch. Und wenn bei einer seltsamen Nummer zusätzlich noch eine automatisierte Computerstimme ertönt, kannst du sofort auflegen. Besser wäre es, unbekannte Nummern generell zu misstrauen oder direkt eine Rückrufnummer zu fordern, die du dann im Netz überprüfen kannst. Über viele betrügerische Wege können Trittanbieter Abonnements einrichten, die man gar nicht haben will. Dafür genügt manchmal ein versehentlicher Klick auf einen Werbebanner auf einer dubiosen Webseite. Normalerweise ist nämlich ein Kauf oder der Abschluss eines Abonnements nur gültig, wenn Formulierungen wie zahlungspflichtig bestellen, per Bestätigen Knopf angenommen werden. Betrüger ignorieren das und rechnen dann über die Telefonrechnung ab. Doch dies lässt sich seit 2012 bei den Telefonanbietern sperren, etwa vor Ort in einer Vodafone, O2 oder Telekom-Zentrale oder per Anruf. Dazu haben sich die deutschen Mobilfunkanbieter im Rahmen der Mobilfunkgarantie 2020 auch verpflichtet, so ergaunertes Geld bis zu drei Monate nach Betrugsfall zurückzuüberweisen. 9. Seltsame Online-Shops nie Vorkasse zahlen Aktuell machen Fake-Shops Schlagzeilen, also betrügerische Anbieter von auffällig günstigen Waren. Hier empfiehlt die Verbraucherzentrale immer per Rechnung zu zahlen oder per Kreditkarte. Denn dort lässt sich ein Betrugsfall in der Regel innerhalb von 120 Tagen rückabwickeln. Und auch wenn es schwerfällt oder etwas mehr kostet, bezahle bei Kleinanzeigen immer mit Käuferschutz, vor allem bei größeren Summen. Und zu guter Letzt 10. Schütze deine USB-Ports Dass wir über ungesicherte Hotspots keine sensiblen Geschäfte erledigen sollten, dürften die meisten Menschen mittlerweile verstanden haben. Doch viele wissen nicht, dass die USB-Stelle eine sensible Angriffsstelle für Betrüger ist. Mit einem Datenkabel eben schnell mal an einem USB-Port im Café oder Fitnessstudio aufladen kann riskant sein. Das Risiko ist gering, da die Betrüger dann den USB-Port manipuliert haben müssen. Doch wenn es passiert, können sie schnell Zugriff auf deinen Laptop oder dein Handy erhalten, inklusive der sensiblen Daten, Passwörter und Co. Juice Checking nennt sich diese Angriffsart. Nimm lieber einen Stecker mit, der dein USB-Kabel mit einer Stromsteckdose verbindet. Oder kaufe dir ein USB-Ladekabel, das gar keine Datenfunktion hat. Das ist zwar altmodisch, aber sicher. Wenn du jetzt Lust auf noch mehr konstruktiven, unabhängigen und werbefreien Journalismus bekommen hast, schau auf www.perspective-daily.de vorbei und teste uns zwei Wochen gratis. Mehr Infos findest du auf unserer Website und hier in den Shownotes. Bis bald bei PD.